Der Daniel ist in der Schweiz schon wieder da. Wir haben am letzten Tag, heute an dem besagten Sonntag, hier in Watt. Besser gesagt im Kanton Zürich. Ich stehe jetzt hier am Bahnhof in Watt. Ja, ich gucke mir heute ein paar Sachen aus, die ich nachher bemalen werde. Weil hier stehen so viele Züge rum und so. Daniel ist Daniel, Alter. Ihr könnt ihr mal kurz die Aussicht mal abchecken. Da übrigens, da drüben, seht ihr vielleicht die gelben Häusleys. Dahinter sind die Mauern von dem besagten Knast, den ich euch schon mal hier präsentiert habe und so. Auf jeden Fall rocke ich heute Abend richtig Watt weg, Alter. Guckt hier, Mann. Die Dose am Start. Ich bin alles andere als ein Schwachmaten. Ich hab's truff, Alter. Hundertprozentig, Mann. Daniel hockt die Schweiz bis nachher. Peace, Mann, Alter.